Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns meine Top 5 Lifehacks an. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal. Es werden jetzt öfter solche Videos kommen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und wenn ihr einen unschlagbaren Lifehack habt, dann lasst mir den gerne zukommen. Schreibt mir sonst bei Instagram. Ich bin gespannt. Jetzt viel Spaß mit meinen Top 5 Lifehacks. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.